Mein Vorsatz für das Jahr 2021 ist es, das Leben meiner Mitspieler jeden Tag ein bisschen zu bereichern. Mein Vorsatz ist es, in der Schule weiterhin motiviert zu bleiben. Ich habe ja noch eineinhalb Jahre vor mir. Im neuen Jahr nehme ich mir vor, weniger Zeit mit Online-Shopping zu verbringen. Mein Vorsatz für das neue Jahr ist, mich volleyballerisch und persönlich weiterzuentwickeln, um dem DSC und meinem Team bestmöglich helfen zu können. Meine Vorsätze für das Jahr 2021 sind, dass ich mich für ein Studium eintrage und dann anfangen kann zu studieren. Und außerdem, dass ich mich sportlich weiterhin verbessere und jeden Tag das Beste aus mir raushole. Meine guten Vorsätze für das kommende Jahr sind einerseits, dass ich natürlich im Sport weiterhin alles geben möchte und auf der anderen Seite, dass ich mir ab und an einfach mehr Zeit nehme, um für Freunde und Familie da zu sein. Mein Vorsatz für das neue Jahr ist, neue Rekorde im Krafttraining aufstellen. Ich möchte weiter diszipliniert an meiner Ernährung und an meiner Athletik arbeiten, damit ich weiter Punkte sammeln kann für uns. Mein Vorsatz für das neue Jahr ist, dass wir einfach eine schöne und coole, erfolgreiche Saison zu Ende spielen. Im besten Fall natürlich mit ganz vielen Fans in unserem Rücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.